Die Grünen. Impressionen von einer superglauben Kritikspartei. Ein Kommentar von Tobias Riegel. Alle Parteien der Bundesregierung und weite Teile der Opposition stützen die aktuelle Kriegspolitik. Bei den auch dadurch ausgelösten sozialen Kürzungen ist die FDP sogar noch hemmungsloser als die Grünen. Aber bei der Grünen Partei kommen noch die Aspekte des groben Etikettenschwindels und einer angestrengt gut gelaunten Arroganz hinzu. Einige Fotos und Äußerungen aus den letzten Tagen verdeutlichen diesen schrillen Befund. Das Titelbild dieses Textes zeigt die Grüne Katharina Schulze zusammen mit der US-Politikerin Hillary Clinton vor einigen Tagen in Deutschland. Ich finde dieses Bild geradezu symbolisch für den Zustand der Grünen Partei. Das Distanz- und kritiklose Ranschmeißen an eine mächtige, mutmaßliche US-Kriegsverbrecherin, unter anderem in Libyen und Syrien, die kindliche Begeisterung und die dabei präsentierte, dem Anlass völlig unangemessene Superlaune. Diese Mischung wirkt umso aufreizender, wenn man sich die realen Folgen einer auch von den Grünen befeuerten Politik betrachtet, die mit diesen Posen weggelächelt werden sollen. Kriegsgefahr durch ideologische Russland-Ressentiments, das Verbrennen von Unsummen für einen daraus folgenden Wirtschaftskrieg und Aufrüstung, sowie aus dieser Geldvernichtung wiederum erwachsene Verteilungskämpfe und die Gefahr der sozialen Kürzungen. Noch ein Wort zum Titelbild. Die Aufnahme macht auch eine riesige Fallhöhe von US-Politikern zu deutschen Grünen deutlich. Dazu passt auch, dass Quinten sich den Titel Queen of Chaos erarbeitet hat, während es bei der Grünen Annalena Baerbock nur zu Queen of Kitsch reichte. Die Grünen sind meiner Meinung nach dicht gefährlicher als die FDP, aber bei ihnen kommt noch der Etikettenschwindel dazu, während die FDP in Sachen Sozialkürzungen und Aufrüstung ein relativ offenes Buch sind und waren. Die Grünen dagegen sind irgendwann mal angetreten mit einer angeblich sozialen Friedensökologie, stattdessen praktizieren sie aber umweltschädigende und klimaschädigende Kriegspolitik. Bei sozialen Kürzungen sind die Grünen dagegen nicht die härtesten Akteure, aber dadurch, dass sie mit der Politik der teuren Energie, mit ihrer Kriegsrhetorik und den darauf folgenden Unsummen, die für Rüstung geopfert werden sollen, den gesamtgesellschaftlichen Kuchen verkleinern, wirkt es heuchlerisch, wenn sie bei der Verteilung des Restkuchens eine soziale Verantwortung simulieren. Sie haben mit ihrer Politik, Wirtschaftskrieg, Aufrüstung und Klimapolitik erst die Verteilungskämpfe mit ausgelöst, die sie nun sozial moderieren wollen. Olivgrünes Wirtschaftswunder Hier folgen nun einige vom Ex-Nutzer The Real Tom präsentierte Eindrücke, die den Zustand der Grünen meiner Meinung nach gut illustrieren. Hier zunächst der grüne Boom für Waffenproduzenten. Erlebe dein olivgrünes Wirtschaftswunder Habeck Aufschwung durch Aufrüstung? Deutschland mal zuhören bitte. Nach dem gescheiterten Versuch, zum Weltmarktführer bei Wind und Sonne zu werden, soll es nun die Rüstungsindustrie richten. Und wieder kostet es Unsummen an Schulden und Steuern. Besonders pikant, alle anderen gesellschaftlichen Bereiche sollen dafür zur Disposition stehen. Rüstung braucht Stahl, Stahl braucht gewaltige Mengen Energie. Lässt er nun den ach so wichtigen Klimaschutz fallen? Fun Fact, militärischer CO2-Ausstoß ist explizit aus allen Klimaverträgen ausgenommen. Zum Thema Rüstungswunder wurde in diesem Text schon erwähnt, dass die Grünen bei Eskalation und Aufrüstung in der Bundesregierung nicht allein sind. Aktuelle Koalitionspläne belegen die Mitverantwortung von FDP und SPD einmal mehr. Neben dem Thema Rüstung spielt bei den Grünen unter anderem auch das Thema Meinungskontrolle eine wichtige Rolle. Die bereits im Titelbild gezeigte Grüne Katharina Schulze liefert im folgenden zusammengeschnittenen Video diesbezüglich bedenkliche Einblicke in die grüne Seele. Einsatz gegen Fake News und Verschwörungsmythen intensivieren, indem wir die Vernetzungen der verschiedenen Akteure offenlegen. Wir brauchen weitere konkrete Maßnahmen, wie zum Beispiel eine virtuelle Polizeiwache, so dass jede Bürgerin, jeder Bürger Hass, Hetze, Beleidigungen, Bedrohungen, Antisemitismus bequem und einfach von zu Hause aus vom Sofa aus anzeigen kann. Wir müssen unsere Sicherheitsbehörden gut ausstatten, damit sie den Fahndungs- und den Ermittlungsdruck auf die rechte Szene erhöhen, dass sie die digitalen Machenschaften noch besser in den Blick nehmen können. Wir sollten darüber diskutieren, ob eine Prüfung eines AfD-Verbots nicht sinnvoll wäre. Auch davor sollten wir uns nicht scheuen. Lassen Sie uns dies gemeinsam angehen. Der Rechtsstaat gibt uns Mittel in die Hand, gegen unsere Demokratiefeinde vorzugehen. Nutzen wir sie bitte auch. Das am Ende des Artikels eingefügte Foto von der Münchner Sicherheitskonferenz spricht für sich. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Wir sehen uns über dieκез. www.ipereu. shape.com 8200� 15.000 15.000 16.000 16.000 17.000